Was macht das Leben in Franken lebenswert? Landmadler zeigt es, ein Lifestyle-Magazin im Pocket-Format für moderne Frauen in Franken. Wir zeigen den Frauen, was kann man in der Region erleben. Was gibt es zum Beispiel für Firmen in der Region, die besondere Produkte entwickelt haben. Was gibt es für besondere Frauen in der Region, die eine tolle Karriere gemacht haben oder einfach eine tolle Lebensleistung gezeigt haben. Das Besondere, die Leserinnen bringen ihre Themen ein und gestalten Landmadler mit. Das Team steht über Social Media in ständigem Kontakt mit der Zielgruppe und auch ganz persönlich bei Events wie der Landmadler-Tour. Die Zahl der Abos hat sich mehr als verdreifacht, innerhalb von sieben Monaten. Erstmal scheint im Mittelpunkt die Reichweite, die haben wir jetzt erreicht. Im nächsten Schritt testen wir verschiedene Anzeigenmodelle und auch Bezahlmodelle mit den eigentlichen Kundinnen und Leserinnen. Das Magazin finanziert sich über Advertorials, gesponserte Seiten und Abonnements. Ab 2018 kommt der Landmadler-Club dazu. Club-Mitglieder bekommen dann jeden Monat das Magazin, bekommen viermal im Jahr eine Box mit dem Besten aus Franken, also mit fränkischen Produkten und Gutscheinen. Und sie haben die Möglichkeit, an Veranstaltungen teilzunehmen. Und so positioniert sich Landmadler als Werbepartner für Manufakturen aus ganz Franken. weiterhin.